Hey Speedy! Hast du zufällig ein paar Trüffel da? Trüffel? Wer bist du, der kleine Lord Fauntleroy? Weißt du, wie viel Trüffel kostet? Die Große bringen etwa 350.000 Dollar. 350.000 Dollar? Wo findet man denn so einen Trüffel? Die wachsen unterirdisch, in der Nähe von Eichen, sind aber schwer zu finden. Man nimmt Schweine, um sie zu erschnüffeln. Schweine, ja? Wo, Abelie, gehen wir hin? Ist ne Überraschung. Okay, fang an zu schnüffeln. Ähm, wo sind wir? Im Randall McClintock Nationalpark. Und, Abelie, was wollen wir hier? Trüffel jagen. Du wirst ein paar erschnüffeln, ich werde sie ausgraben und wir werden reich. Ähm, sie erschnüffeln? Duffy, ich bin kein Trüffelschwein. Ich bin in der Stadt geboren worden. Ich trage ein Sportsakko. Kannst du's wenigstens versuchen? Es ist schon dunkel. Gäh. Du, deine Schweinevorfahren drehen sich wahrscheinlich im Grab um. Komm schon, Dicke, jetzt schnüffle mal richtig. So ist's recht. Schnüffel den Trüffel, Dicke. Grab, Dicke, Grab. Grab, Dicke, Grab. Grab, Dicke, Grab. Aber, Abelie, das ist nicht sehr hilfreich. Wieso gräbst du gar nicht? Meine Maniküre. Aber, Abelie, jetzt reicht's. Ich hab genug. Wann fahren wir nach Hause? Ähm, wo steht das Auto? Hm. 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 Du, weißt nicht, wo das Auto steht? Na, du weißt ja auch nicht, wo das Auto steht. Ja, weil du mir die Augen verbunden hast. Weil ich sagte, wenn du weißt, wo wir hingehen, wärst du nicht mitgekommen. Das wäre ich auch nicht. Darum hab ich sie dir verbunden. Äh, vergiss es. Ich, aber die kommt schon irgendwie nach Hause. Ah. Was ist das? Keine Ahnung. Das ist ein riesiger Trüffel. Dicke, du hast es geschafft. Wir sind reich. Wir sind reich. Ja, wir sind reich. Ähm, aber die Duffy, wir haben uns immer noch verlaufen. Doch wir sind reich. Ja, wuhu, ja, jah, 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 jah. Aber nee, wir laufen jetzt schon ewig hier rum. Äh, kommt dir irgendwas bekannt vor? Mir kommt alles bekannt vor, weil hier alles gleich aussieht. Ich bin am Verhungern. Ich geglaub, ich esse meine Hälfte des Trüffels. Bist du verrückt geworden? Das wäre, als ob man Geld isst. Das ist unsere Zukunft. Kein Schwein gibt uns eine halbe Million Dollar für einen Trüffel, wo ein riesiger Bissen fehlt. Wenn du Hunger hast, iss ein paar Bären. Aber was ist, wenn sie giftig sind? Dann esse ich zumindest keine. Wir müssen springen. Aber ich kann nicht schwimmen. Du kannst nicht fliegen. Du kannst nicht schwimmen. Bist du überhaupt eine richtige Ente? Bin mir nicht sicher. Das komische Ding geht fast zu leicht ab. Dickie! Ich bin hier. Ich hab den Trüffel verloren. Aber da ist er. Ich hab ihn. Oder doch nicht. Ich schäme ihn. Ich hab ihn. Ich liebe die Schweinchen Dick. Wir sind gerettet. Ich kann nicht. Dann lass den Trüffel fallen. Bist du dir sicher? Ich werd's nicht zweimal sagen. Ich kann kaum fassen, dass ich's einmal gesagt hab. Okay. Du hast mir das Leben gerettet. Dickie M. V. Mit Vergnügen. Anderen Gutes zu tun fühlt sich besser an, als ich selbst Gutes zu tun. Ich mach mir nur Sorgen, dass dieses Gefühl nicht so lange anhält wie eine halbe Million Dollar. Ja, hier, ich muss einen Trüffel suchen gehen. Jaaaaaaahhhu! Wir sind zweifel Team. Wir sind verschwel effectiv. Wir sind ein tr probable. Untertitelung des ZDF, 2020